Herzlich willkommen zu Fröhlich Leben, dein Podcast für ein besseres Lebensgefühl. Mein Name ist Valentin Fröhlich und ich freue mich, dass du bei der ersten Folge mit dabei bist. Ich bin ein wenig aufgeregt, aber ich freue mich auch gleichzeitig und möchte die Gelegenheit nutzen, um in der ersten Folge über das Thema Fröhlich Leben zu sprechen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Wofür steht Fröhlich Leben? Und inwiefern ist es möglich, wirklich ein langfristig erfüllendes und glückliches Leben zu führen? Wo leben die glücklichsten Menschen auf der Erde und wie kommt das, dass die so zufrieden sind? Worin unterscheiden sich Glück und Zufriedenheit? Und außerdem bekommst du viele hilfreiche Tipps, um dein Leben bewusster, glücklicher und erfüllender zu gestalten. Viel Freude mit der ersten Folge! Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Heißt es, wir müssen uns auf schweißtreibende Weise abmühen, um glücklich zu sein? Oder können wir uns vielleicht ganz bewusst dafür entscheiden, glücklich zu sein? Lass uns mal mit einem kleinen Experiment starten. Entscheide dich jetzt ganz bewusst dafür, glücklich zu sein. Sage dir selbst, ich entscheide mich dafür, jetzt glücklich zu sein. Schieb mal alle zweifelnden Gedanken beiseite und sag dir innerlich nochmal, ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Was löst es in dir aus? Wie fühlt es sich an? Gibt es vielleicht körperliche Veränderungen? Halte kurz inne und sag nochmal, ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Auf dieses kleine Selbstexperiment komme ich später nochmal zu sprechen. Lass uns mal kurz diese zwei Worte Glück und Zufriedenheit näher definieren. Laut Forschung wird Glück als ein intensives, kurzes Gefühl beschrieben, während Zufriedenheit ein länger anhaltendes Gefühl ist, das auf unserer kognitiven Bewertung basiert. Das heißt, die ein und dieselbe Situation kann jeder einzelne Mensch für sich anders bewerten und wahrnehmen. Zum Beispiel, du bist gerade im Urlaub mit einem Freund, während du glücklich und zufrieden bist, ist er es nicht. Er nimmt die Situation ganz anders wahr und bewertet sie kognitiv ganz anders. Und Glück ist ebenfalls die antreibende Kraft, die uns dazu motiviert, zum Beispiel Ziele zu erreichen. Wenn wir Glück empfinden, wird in erster Linie Dopamin ausgeschüttet, was uns gleichzeitig motiviert, zum Beispiel auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Also angenommen, du hast ein Ziel und das erfordert erstmal ganz viel Mühe, bis du dieses Ziel erreichst. Und dieses Dopamin kann dich eben motivieren, also der Gedanke an dein Ziel kann durch die Dopaminausschüttung dich dazu motivieren, am Ball zu bleiben, bis du dein Ziel erreichst. Interessanterweise leben in den skandinavischen Ländern die glücklichsten Menschen. Vermutlich liegt das an dem sogenannten Jante-Gesetz. Und dieses Jante-Gesetz beinhaltet unter anderem die folgenden drei Säulen. Die erste Säule ist, stell dich nicht über andere. Die zweite Säule ist, du bist nichts Besonderes. Und die dritte Säule ist, lache nicht über andere. Es gibt noch viele weitere Säulen, aber ich wollte mal drei Beispiele nennen. Und die eine der Säulen, die besagt, du bist nichts Besonderes, hört sich ja vielleicht erstmal destruktiv an, aber ich glaube, damit ist eher gemeint, dass wir alle gleich sind. Also man könnte auch sagen, jeder ist gleichwertig oder jeder ist besonders. Das finde ich ganz interessant, dass die skandinavischen Länder nach diesem Jante-Gesetz quasi groß werden oder für die ist es was ganz Übliches. Aber gleichzeitig wurde auch herausgefunden, dass die Menschen in Südamerika, obwohl die halt nicht so wohlhabend sind, ebenso glücklich sind. Meine Vermutung ist zum Beispiel der familiäre Zusammenhalt, worauf ich auch nochmal später zu sprechen komme. Und außerdem, wenn ich an Südamerika denke, dann kriege ich so ein erhellendes Gefühl irgendwie, ich denke an Tanzen, an Spaß haben, an Lebensfreude. Und erwähnenswert finde ich es auch, dass sogar einzellige Lebewesen Dopamin ausschütten, sobald sie an eine Futterquelle gelangen. Ich finde das deshalb erwähnenswert, weil ich auf die Tücken und Gefahren des Dopamins zu sprechen kommen möchte. Wenn wir uns Ziele setzen, dann kann uns Dopamin ja motivieren, diese Ziele auch zu erreichen. Also man sagt ja quasi, das ist ein Glückshormon, wobei darüber kann man diskutieren. Also ich persönlich würde das nicht als Glückshormon bezeichnen, sondern eher als ein Hormon, was dich antreibt, etwas zu tun. Und da besteht die Gefahr zu Gewohnheiten und zu Süchten. Im Endeffekt streben wir alle Menschen ja danach, glücklich und zufrieden zu sein. Und in dem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass wir über viele Jahrmillionen vorsichtig sein mussten und auch ganz starke Ängste hatten. Das heißt, wir mussten dafür sorgen, zu überleben. Wir mussten uns schützen vor wilden Tieren, um zu überleben. Also unser Gehirn ist evolutionär betrachtet eher auf Gefahren ausgerichtet, damit wir überleben können. Und obwohl diese Gefahren von damals nicht mehr existieren, hat unser Gehirn immer noch diese Tendenz, sich auf Gefahren zu fokussieren. Das heißt, wir nehmen negative Dinge viel eher wahr als positive Dinge. Ich erwähne das auch, weil alles miteinander im Prinzip verknüpft ist, was du vielleicht am Ende des Videos besser verstehen wirst. Dadurch, dass wir ständig auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit sind und in unserer heutigen Zeit gibt es so viele Reize und Versuchungen, denken wir mal nur an unser Smartphone, aber auch an all die viele Werbungen und all die vielen Reize. Wenn wir mal rausgehen, werden wir ständig bescheilt von unzähligen Informationen. Und gleichzeitig sind wir auf der Suche nach Glück. Das heißt, wir suchen ganz oft unser Glück auch in dieser schnelllebigen Zeit und Gesellschaft. Logischerweise, wir leben ja darin und haben unser Smartphone ständig in der Hand. Das heißt, es verleitet uns auch dazu, auf dieser Suche nach Glück unser Glück im Smartphone zu suchen. Das heißt, in den sozialen Medien zum Beispiel. Und ja, wir können es kaum aus der Hand lassen, auf der Suche nach diesen Glücksimpulsen durch den Dopaminausstoß. Ja, es ist nicht nur das Smartphone, es ist zum Beispiel auch das Essen. Ja, wir haben reichlich Essen. Wir brauchen uns nicht mehr davor zu fürchten, dass wir verhungern. Und dadurch ist die Gefahr einfach so groß, auf der Suche nach Glück, dass wir einfach viel zu viel essen oder viel zu viel konsumieren im Allgemeinen. Ja, wir verlieren unsere Perspektive aus den Augen, was auch eine ganz große Rolle spielt beim Herunterregulieren des Nervensystems, worauf ich später kommen werde. Und dadurch sind wir die ganze Zeit abgelenkt. Also wir verlieren den Zugang zu uns selbst, weil wir mit unserer Aufmerksamkeit die ganze Zeit im Außen sind. Wir mussten über viele Jahrmillionen mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sein und uns vor Gefahren schützen. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Also wir können ganz beruhigt uns entspannen, die Aufmerksamkeit nach innen lenken und wir müssen uns nicht ständig ablenken. Und ich möchte über das Thema Sensibilisierung und Desensibilisierung sprechen, was eine große Rolle spielt. Und Sensibilisierung heißt, die vielen Reize, die wir wahrnehmen, jeden Tag, die können uns ständig daran erinnern, zum Beispiel auf unser Smartphone zu gucken. Ja, uns kommt ein Gedanke oder wir nehmen im Außen etwas wahr. Wir sehen vielleicht andere mit einem Smartphone rumlaufen und denken, ah, du kannst auch mal wieder auf dein Smartphone gucken, obwohl das vielleicht 30 Sekunden her ist. Ja, also diese ganz vielen Reize, die erinnern uns ständig daran, auf unser Smartphone zu gucken. Das Smartphone ist jetzt nur ein Beispiel, das können auch ganz viele andere Gewohnheiten und Süchte sein, die uns im Alltag begleiten und unser Leben im Endeffekt bestimmen. Ja, man sagt ja, du bist die Summe deiner Gewohnheiten. Also es ist interessant, in dem Zusammenhang auch zu reflektieren, womit verbringe ich meine ganze Zeit, die meiste Zeit? Worauf setze ich meinen Fokus? Und die Gefahr besteht eben, dass sich Gewohnheiten und Süchte entwickeln, weil wir diesen Reizen ausgesetzt sind. Und immer sensibler werden auf diese Reize, die uns dazu drängen, Dinge zu tun, die uns im Endeffekt nicht so dienlich sind, die uns eher von unserem Lebenssinn und von unseren Zielen ablenken. Und mit Desensibilisierung ist gemeint, dass diese Schwelle des Dopaminausstoßes immer höher wird. Also wir brauchen immer mehr davon, damit wir ein bisschen dieses Glücksgefühl empfinden können. Also Sensibilisierung heißt, wir sind diesen vielen Reizen ausgesetzt, die uns ständig daran erinnern, uns abzulenken oder Gewohnheiten und Süchten nachzugehen. Und Desensibilisierung heißt, wir brauchen immer mehr davon, damit wir dieses Glücksgefühl überhaupt empfinden können. Ja, und das ist das Tückische an der ganzen Geschichte. Wir entwickeln also eine Toleranz für den Dopaminausstoß. Ja, also das, was uns gestern in Anführungsstrichen einigermaßen glücklich gemacht hat, davon brauchen wir noch mehr, um uns genauso glücklich wie gestern zu fühlen. Ja, und daraus kann so ein Teufelskreis entstehen und plötzlich sind wir nur noch bestimmt von Gewohnheiten und vielleicht sogar Süchten, die dazu führen, dass wir den Zugang zu uns selbst und zu unserem Sinn im Leben verlieren. Im präfrontalen Kortex, ein Teil des Großhirns, werden ständig Bahnen gebildet. Ja, die eine Bahn, die lässt dich machen und die andere Bahn möchte dich davon abhalten. Also man könnte sagen, die eine Bahn heißt Mach es Bahn und die andere Bahn heißt Lass es sein. Und je häufiger du zum Beispiel die Mach es Bahn zulässt, desto stärker werden diese neuronalen Verknüpfungen und es bilden sich ständig mehr Verknüpfungen. Das heißt, die Gewohnheiten übernehmen die Macht über dein Leben immer mehr mit jedem Handeln und die Lass es sein Bahn, die wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Aber dagegen kann man was tun. Zurück zum Thema Ängste und Thema Nervensystem, warum wir ständig mit unserer Aufmerksamkeit nach außen ausgerichtet sind, um möglich Gefahren wahrzunehmen. Diese unterschwellige Angst, die führt auch dazu, dass unser Stresslevel im Nervensystem steigt. Und das kann im Endeffekt eben auch zu körperlichen und zu mentalen Beschwerden führen. Auf der körperlichen Ebene unter anderem sorgt es dafür, dass unser Blut dickflüssiger wird und somit Krankheiten leichter entstehen können. Denke man nur an Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und außerdem kennst du sicherlich auch, wenn du angespannt bist innerlich, dann tendiert dein Körper dazu, Schmerzen schneller zu entwickeln. Ja, du fühlst dich auch gestresst so richtig, kannst schlechter schlafen und auch da kann ein Teufelskreis entstehen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal nichts zu tun hast. Du sitzt vielleicht irgendwo, schaust aus dem Fenster und beginnst an, ja, mit Tagträumen. Ja, und dieser Zustand wird DMN, Default Mode Network genannt. Und das ist ein ganz besonderer Zustand. Und wir richten in diesem Zustand unsere Aufmerksamkeit quasi auf nichts, zumindest bewusst lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf nichts. Und so entsteht diese DMN, dieses Default Mode Network, was dazu führen kann, dass sich negative Gedankenschleifen bilden und dass wir zum Beispiel Probleme überdramatisieren. Ja, diese Probleme werden immer größer und größer und dadurch geraten wir in eine immer größere innere Anspannung. Und die meisten Menschen, das wurde herausgefunden, tendieren dazu beim Tagträumen, also bei diesem Default Mode Network, in negative Gedankenschleifen zu geraten. Es ist aber auch möglich, wenn man generell ein lösungsorientierter Mensch ist, dass dann gute, produktive Ideen entstehen und dass man sich dann auf Dinge freut. Das heißt, wenn wir unser Gehirn ganz bewusst, also unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf gute Dinge ausrichten, dann hat das wiederum einen positiven Effekt auf der Gefühlsebene. Wir fühlen uns dann einfach auch glücklicher. Du hast schon erfahren, warum wir dazu tendieren, unsere Aufmerksamkeit eher auf negative Dinge zu richten. Auch im Alltag geschieht das ganz schnell, wenn wir im Straßenverkehr feststecken, wenn wir den Bus verpassen, wenn die Schlange an der Supermarktkasse so lang ist und wir haben wieder das Gefühl, ach, wir haben uns an die falsche Kasse gestellt. Also das kennt man ja im Alltag ständig, ja. Und ja, wir ärgern uns dann einfach. Das kennst du mit Sicherheit auch. Und es ist so wichtig, gerade weil unser Gehirn auf Gefahren programmiert ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf positive Dinge lenken. Und ich möchte dir jetzt einige Tipps geben, die dich daran unterstützen können. Und du hast sicher schon von Dankbarkeit viel gehört und gelesen und ja, also ich habe das Gefühl, das wurde in der Vergangenheit sehr inflationär benutzt, wodurch die Wichtigkeit so ein bisschen verloren gegangen ist. Deswegen möchte ich dir ans Herz legen, Dankbarkeit wieder in dein Leben zu integrieren. Sowohl morgens und abends wirklich mal darüber zu reflektieren, was alles gut in deinem Leben läuft. Das wird dich innerlich nicht nur entspannen und dir Freude bereiten, sondern du wirst dadurch auch viel besser schlafen können. Ja, wenn du mit einem positiven Gefühl dich ins Bett legst, wirst du höchstwahrscheinlich mit einem positiven Gefühl wieder aufwachen. Unabhängig davon auch morgens, setz dich hin, schnapp dir dein Dankbarkeitstagebuch oder dein richtiges Tagebuch und schreib jeden Tag einfach da rein, wofür du dankbar bist. So wirst du dein Nervensystem schulen, dein Gehirn schulen, deinen Fokus wieder auf positive Dinge zu richten. Denk dran, wir sind evolutionär darauf ausgerichtet, eher negative Dinge wahrzunehmen. Deswegen müssen wir ganz bewusst entgegenwirken. Was ich dir auch ganz wärmstens ans Herz legen möchte, erst vor zwei Tagen war ich hier vor der Tür am See spazieren, mitten im Wald und ich habe mal wieder festgestellt, wie gut das tut. Das ist unglaublich. Lass am besten dein Smartphone zu Hause und begib dich in die Natur. Und vor allem möchte ich dir den Tipp geben, geh auch mal langsam. Also wir sind ja fast schon ständig getrieben, alles schnell zu erledigen und es ist einfach eine Wohltat für dich und dein Nervensystem, einfach mal langsam zu gehen, dich wieder in Langsamkeit zu üben. Ich liebe es, am See stehen zu bleiben und einfach die Wellen auf dem Wasser zu beobachten, diese langsamen Wellen und mich einfach darauf zu fokussieren oder die Enten und Gänse auf dem See zu beobachten, die so einfach ganz langsam dahin schlendern. Ja, also die Aufmerksamkeit wieder auf langsame Dinge zu lenken, das hat auf jeden Fall einen positiven Effekt auf dein Nervensystem. Auch liebe ich es, einfach mich hinzusetzen und der Natur zu lauschen, die Natur auf der Haut zu spüren. Ja, also fahr regelmäßig runter, das kann ich dir nur sehr empfehlen. Bewegung ist natürlich ein großer Faktor, wenn es darum geht, dass wir uns glücklicher fühlen. Ja, Bewegung löst Glückshormone aus, ganz nachweislich und ich weiß, dass viele Menschen inzwischen Sport treiben und ich finde das natürlich super, macht das bitte weiter. Ich liebe es, auch Sport zu treiben, aber kommen wir auf den vorigen Punkt zurück. Es ist mindestens genauso wichtig, auch runterzukommen, ja, sich zu entspannen. Es kann sein, dass das Nervensystem sich nach dem Sport nicht richtig runterregulieren kann. Ja, dann ist unser Stresspegel innerlich ein bisschen erhöht und vielleicht hast du das auch mal festgestellt, dass du nach dem Sport nicht so gut einschlafen kannst, wenn du zum Beispiel mal am Abendsport gemacht hast. Oder du hast festgestellt, dass du ein bisschen gereizter und genervter bist, ja. Also es ist sehr, sehr wichtig, nach dem Sport auch richtig bewusst herunterzufahren. Und deswegen liebe ich es, wenn ich Sportkurse gebe, am Ende auch eine Entspannungsübung zu machen, wo wir wirklich uns einfach auf den Rücken legen und tief und bewusst atmen und den Körper entspannen. Aber unabhängig davon, ob du Sport treibst oder nicht, es ist so wichtig und hilfreich und gut, wenn du dich hinlegst und regelmäßig ganz bewusst entspannst. Über Ziele habe ich ja schon ein bisschen gesprochen, ja. Das heißt, wenn wir keine Ziele, keine Perspektiven und kein Fokus im Leben haben, ist die Gefahr einfach groß, dass wir uns nicht nur auf negative Dinge unserer Aufmerksamkeit richten, sondern dass wir unser Leben auch von der Außenwelt eben bestimmen lassen. Wenn du dir Ziele setzt, wenn du einen Sinn im Leben hast, dann kannst du dich darauf fokussieren und darauf hinarbeiten. Du beschäftigst dich also ganz bewusst mit Dingen, richtest deine Aufmerksamkeit darauf, was wiederum Dopamin, also in Anführungsstrichen, auf eine positive Weise Dopamin ausschüttet und nicht auf eine süchtig machende Weise oder halt auf eine Weise, wo du Gewohnheiten entwickelst, die dich von deinen Zielen abbringen. Deswegen ist es so wichtig, wirklich dir Ziele zu setzen und darauf hinzuarbeiten und dich darauf zu freuen. Gib deinem Leben einen Sinn. Das ist so, so hilfreich. Deinem Leben einen Sinn zu geben, kannst du auch durch sinnvolle Tätigkeiten, zum Beispiel kümmerst du dich um Personen oder um Tiere, engagierst du dich, hilfst du anderen Menschen. Auch das kann dir ein gutes Gefühl schenken, wo du dich sinnvoll fühlst. Und dieses Gefühl einer Gesellschaft oder zum Beispiel einem Team oder einer Gruppe von Menschen zuzugehören, auch das erfüllt uns mit Freude. Und allgemein Zeit mit Menschen zu verbringen, löst nachweislich Oxytocin aus. Man sagt, das ist das Kuschelhormon, wobei man nicht unbedingt kuscheln muss, was auch sehr gut ist. Also mach das ruhig. Aber auch Zusammensein mit anderen Menschen auf eine wohlwollende Weise, auch das macht nachweislich glücklich. Also vor allem Menschen, die dazu tendieren, sich abzukapseln, weil sie sich vielleicht irgendwie unwohl fühlen unter Menschen und so weiter. Das kann natürlich ganz viele unterschiedliche Ursachen haben, aber behaltet immer im Hinterkopf. Also das hat erstens mal einen sehr individuellen Grund, warum Menschen dazu tendieren. Aber denkt immer daran, dass das wirklich wohltuend ist, wenn man sich zugehörig fühlt. Und zurück zum Selbstexperiment. Wenn du dich wirklich bewusst dafür entscheidest, glücklich zu sein, und das kannst du jeden Tag zu jeder Sekunde machen, hat das so viele nachweisliche positive Effekte. Du schüttest Glückshormone aus, deine Amygdala verliert an Aktivität, das heißt, du hast nicht mehr so viele Ängste, du stehst nicht mehr unter Stress und Anspannung und dein Nervensystem reguliert sich. Das heißt, dein Sympathikus nimmt ab und dein parasympathisches Nervensystem wird noch mehr aktiviert. Das heißt, es hat wirklich nachweislich viele positive Effekte, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, glücklich zu sein. Denk immer dran, es liegt in deiner Hand. Wenn du dich das nächste Mal zum Beispiel gestresst und unglücklich fühlst, dann zieh dich mal selbst aus dieser Situation raus und entscheide dich, ich entscheide mich jetzt dafür, glücklich zu sein. Und zu guter Letzt möchte ich über mein Herzensthema Meditation sprechen. Ja, also das Besondere ist, über diesen Default Mode Modus oder Default Mode Network, habe ich ja gesprochen, interessanterweise entsteht dieses System im Gehirn nicht, wenn man meditiert. Das heißt, du musst nicht zwangsläufig deine Aufmerksamkeit bewusst auf ein Ziel richten. Du kannst auch meditieren, damit diese negativen Gedankenschleifen nicht entstehen. Meditation hat so viele positive Effekte auf unser Gehirn und auf unser Nervensystem. Das möchte ich an anderer Stelle in Zukunft öfter aufgreifen und darauf ganz genau eingehen. Aber ich kann allen Menschen wärmstens aus meinem tiefsten Herzen empfehlen, zu meditieren. Es gibt ja ein wunderbares Sprichwort, was ich gerne zitiere. Jeder Mensch sollte mindestens zehn Minuten am Tag meditieren. Und wenn du meinst, keine Zeit zu haben? Eine Stunde. Ja, und ich finde, da ist so viel Wahres dran. Ja, gerade wenn wir uns genervt und gestresst fühlen und meinen, keine Zeit zum Meditieren zu haben, gerade dann sollten wir uns hinsetzen und die Augen schließen. Und das verändert einfach auch so viel. Ja, also ich habe ja über das Dankbarkeitsritual gesprochen, sowohl morgens als auch abends. Ich verbinde das so gerne mit Meditation. Also inzwischen entsteht Dankbarkeit schon fast ganz von alleine, wenn ich mich zum Meditieren hinsetze. Ja, es sorgt einfach dafür, dass du deine innere Lebensfreude wahrnimmst, so ganz automatisch. Also man merkt richtig, dass das Gehirn sich umprogrammiert, statt sich auf Gefahren, auf mögliche Gefahren zu fokussieren und Ängste zu haben, entsteht so eine Art Transformation. Also plötzlich ist es bei mir zumindest und bei ganz vielen anderen auch so, wenn man in die Meditation geht, dann entstehen Glücksgefühle. Ja, man fühlt sich einfach verbunden, man fühlt sich eins. Und das Gehirn strukturiert sich ja auch nachweislich um, wenn man meditiert. Ja, also das hat wirklich so viele positive Effekte. Von daher macht es euch zur Gewohnheit zu meditieren. Ich engagiere mich sehr dafür, um dieses Thema zu verbreiten. Deswegen werde ich noch viel und ausführlich darüber sprechen. Also, ich möchte kurz zusammenfassen. Denk dran, Dankbarkeit in dein Leben zu integrieren. Denk dran, regelmäßig raus in die Natur zu gehen und langsam spazieren zu gehen, regelmäßig zu entspannen, Zeit mit liebevollen Menschen zu verbringen. Behalte deine Ziele und deinen Lebenssinn im Fokus. Integriere dich in eine Gruppe, helf anderen Menschen, engagiere dich und zu guter Letzt baue Meditation in dein Leben ein. Ich würde mich freuen, was du zu dieser Folge zu sagen hast, was du mit mir teilen möchtest. Lass uns in Kontakt bleiben. Auf Instagram findest du mich unter fröhlich.leben. Mehr über meine Tätigkeit findest du unter fröhlich-leben.de. Mein Name ist Valentin Fröhlich und ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst und sage bis bald, bis zum nächsten Mal und genieße die Zeit.